Hey, du hast vergessen, das Wasser anzumachen. Hast du jemals eine Badewanne im Freien gesehen? Hallo, liebe Freunde. Ich bin mit Agri in der Billionaire Front. Agri wollte unbedingt einer meiner Top-Notch-Villen sehen, die ich zum Verkauf habe. Und heute zeige ich sie. Wie sagt man so schön auf Deutsch? Habibi, komm to Dubai. Weißt du, wer in diesem Zimmer geschlafen hat? Tarzan und Jane. Kinderzimmer, Gästezimmer. Oh, warte, meine Pizza kommt. Hey, how are you? Abends kannst du die Sterne sehen. Small Flush. Welchen Film sollen wir angucken, mein Lieber? Bei so einer wunderschönen Villa auch kein privater Fitnessraum fehlt. Ein kleiner Teich. Da fehlen nur noch die Käufische. Egal, wer diese Villa kauft. Dieses Zimmer bleibt mein Zimmer. Hier hast du auf jeden Fall keine Diskussion mit deiner Frau, wer wie viel Platz hat. Guckt euch mal diese Aussicht an. Amazing. Zing. Für die Garage hast du Platz für zwei Autos? Sorry, Champagner please.